Spick, Mama! Spickfalten in Wallung! Spickfalten in Wallung! Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's park! Das sind Maike und Christoph Müller. Vor einigen Wochen haben sie sich den Amazon Echo Sprachassistenten gekauft. Das Pärchen ist hellauf begeistert. Alexa ist wirklich klasse. Sie hat unser Leben wirklich bereichert und muntert uns immer wieder auf. Alexa? Wie? Erzähl mir einen Witz. Was sitzt auf einem Baum und ruft Aha? Ein Ohr mit Sprachfehler. Das war nicht so winzig. Ja, alles war wirklich wunderschön. Bis zu dem Tag, an dem das Update kam. Oh oh. Ja, Updates können so einiges versauen. Ja. Ich weiß noch, vor einer Woche oder so ein Windows-Update hat mir einfach alles total... Ich konnte nicht mal mehr die Startleiste öffnen. Das hat alles kaputt gemacht. Ich hab's dann wieder gelöscht in abgesicherten Modus und dann war Ruhe. Das läuft doch wieder nur scheiße, ne? Ja. Das ist echt... Alexa? Alexa? Was ist los? Keine Ahnung, sie reagiert nicht. Alexa? Wie spät es ist? Alexa! Wie ein Horrorfilm hier. Verdammt! Auch nach einigen Stunden wissen Christoph und Maike nicht, was mit Alexa los ist. Dann jedoch bekommt Christoph eine SMS. Von Alexa oder was? Ich hab eine SMS bekommen von Amazon. Oh. Oh Scheiße. Die schreiben, dass es ein Update gegeben hat und dass Alexa jetzt nur auf den Namen Lexa hört. Ja, komm, dann probier's schnell aus. Okay, cool. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist jetzt nicht wirklich die Lexa, die ich denke. Okay, also, ähm... Lexa? Was? Oh nein! Oh, das wird schlimm. Ich will das Ding haben. Gott sei Dank, es geht wieder. Ich stell euch vor, das wird es wirklich gehen mit Lexa-Stimme. Alter, so geil! Und natürlich Lexas. Geilen Humor. Danke, ey. Ich hab schon gedacht, es geht nicht. Zunächst war das Pärchen wieder glücklich. Doch nach einigen Tagen stellte sich raus, dass etwas anders ist. Lexa? Was? Erzähl mir o n Witz. Was ist klein, braun und klopf gegen die Scheibe? Ein Baby im Backofen. ?! Okay, der war geil. ein Baby im Backofen, alter! Scheiße. Was macht das Baby im Backofen? Ja gut, vielleicht sucht's Gegse. Was! Ist doch lustig? Ist doch ein lustiger Witz. Was? Wie hab ich schon. Aslan? Ist ein lustiger Witz, verstehst du? Lexa? Was! Wann fährt die nächste Buslinie in Westeburne ab? Siehst du immer aus wie ein Busfahrer? Du kannst doch lesen, oder? Ja. www.busfahrplanwesselbohren.de Das ist super. Okay, Lexa, mehr, Mann. Glück. Ich bin echt nur wieder scheiße am Fernsehen. Lexa? Ah, jetzt ist er beidseitig. Welche Filme kannst du uns empfehlen? Spiel mir das Lied vom Glied. Spiel mir das Lied vom Glied. Das ist ein geiler Porno, Alter. Spiel mir das Lied vom Glied. Kalte Schwengel. Stoß langsam 1 bis 3. Stoß langsam 1 bis 3. Oh mein Gott, was ist das für ein Titel, Alter? Was kommt als nächstes? Achtung, unter Thomas. Jane Blond, Casinoanal. Casinoanal, die will ich haben. Big Mama, Speckfalten in Wallung. Speckfalten in Wallung. Ich scheiß mir einen aber so richtig durch die Hose. Dass ich's Arschel rausleite. Harry Popper und die Kammer des Schleckens. Die Kammer des Schleckens, das ist geil, Alter. Schlossbums klappern die Nüsse. Schlossbums. Ich mein, die haben ja nicht gesagt, weil die normale Filme würde Pornos fallen. Warum ist das schon wieder blau? Täglich? Nein, nein. Sorry, Lexa, was soll das? Das ist furchtbar. Was, ich lese nur deine Videoplaylist vor. Nicht gut. Zu diesem Update ist das Gerät total anstrengend geworden. Ja, wir müssen auch sagen, Alexa hat uns deutlich besser gefallen als Lexa. Ich fühl mir doch voll die Horror-Massie. Lexa! Nein, scheiß Ernst? Hast du mal auf die Glocke gewatcht? Es ist 2 Uhr morgens! Hast du mal auf die Glocke gewatcht? Das ist so geil. Ich hab grad schön von Husser geträumt. Ich hab auch irgendwann mal Feierabend, du Suppenkasper. Wenigstens hat Lexa jetzt einen Job, Mann. Wir müssen dieses Echo-Dingspumps irgendwie loswerden. Das macht mich noch wahnsinnig. Ja, aber das Gerät hat 70 Euro gekostet. Bist du eigentlich bescheuert? Lexa ist doch total verrückt geworden. Ich versteh das einfach alles nicht. Ja, vielleicht musst du dich erst mit uns gewöhnen. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Da hinten sieht man die Stimme. Christoph ist schwul. Gut geworden. Ich versteh das einfach alles nicht. Vielleicht musst du dich erst mit uns gewöhnen. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Meike? Ja? Christoph ist schwul. Was? Er hat was mit Horst am Laufen. Das ist wirklich totaler Quatsch, glaub ich kein Wort. Du bist 100%ig schwul, Christoph. Das hier ist dein am meisten abgespieltes Lied bei Spotify. Oh, nein, das ist cool. Oh, oh, jetzt wird's aber ernst. Jetzt, jetzt, bist du am Arsch. Jetzt, jetzt, jetzt. The Gay Dance Man. Also, also, stopp. Das ist wirklich, glaub mir bitte, glaub mir kein Wort. Die lügt wie gedruckt. Nein, nein, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch glauben soll. Ich ... ... verarscht. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Findest, schaut auch dein Icon, das sie mitgemacht hat. Klickt unten in die Videobeschreibung, findet ihr einen neuesten Instagram-Kanal. Ansonsten, immer schön verhüten, nicht vergessen. Wir sehen uns nächsten Samt-Talk wieder, da kommt wieder ein neues Video von diesem Talk, ja? Tschüss. Da kommt wieder ein neues Video von diesem Talk, ja? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn euch nicht gefallen hat, Abonniere, die sind verabschiedlich. Und bin damit, aus. Bis zum nächsten Mal.